Jojojojoj jojoj. Da schießen sie schon die Köpfe ein. Hier ist einer. Ja, der hat mich gehört. Legt er sich dort? Er bewegte sich dort. So, obacht. Schönes Ding. Er war gut bestückt. 60er Recoil. Da bin ich wesentlich schlechter als meins. Er hat bessere Munition hoffentlich. Jetzt guck ich mal fachmännisch hier rein. BP Munition. Ich hab's nicht, ich weiß es nicht. Kann auch PS sein, ich kann's nicht, ich kann's nicht erkennen. Ey, das klaut mir einer. Thomas, grüß dich, herzlich willkommen. Lieber kurz als gar nicht, Thomas. Wie lange bist du eigentlich noch an Madeira, du Glückspilz? Ah, bis Sonntag, okay. Na ja, dann genieße noch die Zeit. Und dann geht's ja auch bald in der Gärtnerei wieder los. Das ist halt kacke. Ohne Licht ist doof. Aber hat eindeutig die bessere Munition. Ja, ob du hast doch eine schöne Zeit gehabt. Ah, ich hab mein Fressen da oben liegen lassen. Also mein Essen, mein. Comme d'annonce, Monsieur, comme d'annonce. Keine Kraftausdrücker. Kriege ich das dann ein? Nein, nein. Kriege ich das dann ein? Nein, nein. Okay, da ist einer drüben. Das ist jetzt so eine Sache, war das Rädersprache oder war das PMC Gelaber? Das ist jetzt so eine Sache, war das Rädersprache. Keine Räders da. Oder? Doch. Oder muss ich mit einer verarschen? Ja, das war ein Räder. So, dann kann ich mich aus dem Staub machen. Oh Alter, die haben doch so schönes Zeug mit. Da ist bestimmt PP Munition drin. Ja, was sagt's denn? So, was do we have here? Da ist aber auch nicht zimmerlich da, Spurzfreund. Verpisst sich. Ja, so ist das, Jüngerchen. Er hat gemerkt, er macht ernst. Wie soll ich den ganzen Loot herausschleppen? Hat man das gewusst, wenn wir einen von euch mitnehmen können? Ja, so ist das, Jüngerchen. Gut, aber Licht ist an. Hauptsache, er hat sich so ein Speckmater noch nicht schadlos gehalten in unserem Rucksack. Hier liegt er noch. Wie ein wunderschöner Schmetterling. Schade, ich bin gerade fertig. Wir hätten gerade loslegen können. Meine Weste weg. Die an, die Truppe an und dann ist eine sehr gute Idee. Okay. Okay. Das sind zwei. Scheiße. Scheiße. Die fehlt mir noch in der Sammlung. Unter drei? Schefs? Kleine Scheffis. Äh? Brauche ich vorhin nicht hier? Aber ich glaube, jetzt dürfte auch hier die Luft rein sein. der Loot meines Lebens an der Reserve ist eine echte Fundgrube. Kaffee, 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 Kaffee. Sehr schön. Oh, alter, duper, alter. Na gut, dass ich weiß, dass hier jetzt theoretisch... Alter! Ist da auch noch ein Räder, oder? Pass auf, und jetzt Exit Camper. Und aus der Traum von den Millionen und Abermillionen. Zwei Meter vorm Exit fiel er in Ohnmacht. Geil. Ey, jetzt... Ich weiß überhaupt nicht, wohin damit. Alter. 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 Alter.